Heute in CTH Uplink reden wir über die neue Facebook-Brille Oculus Rift. Wir schauen uns Neuerungen im jungen Medienschutz an und ob Blogs demnächst ab 18 sind. Und wir gucken, wie man Android-Apps auf dem Windows-Tablet bekommt. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CTH Uplink. Mein Name ist Achim Bartschuk und wir reden heute nochmal, wie letzte Woche, über die CT Nummer 8 und ein paar Themen aus der CT 8. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern habe ein paar Kollegen da. Ganz außen sitzt heute Harle Schrolle aus dem Mobil-Ressort. Genau. Neben dir? Holger Bleich aus dem Internet-Ressort. Und? Ich bin Harten Dieselmann aus dem Audio- und Video-Ressort. Okay, Hartmut, wir fangen gleich mit dir an. Ja. Ein Thema, das wir letzte Woche, wir haben letzte Woche über die Steambox geredet. Und da gab es ja auch einen Artikel über Spiele für die Oculus Rift, die haben wir heute auch dabei. Du kennst dich ganz gut damit aus. Und diese Woche ist eine Nachricht gekommen, eine ziemlich überraschende, wie ich finde, dass Facebook die gekauft hat für 2 Milliarden. Du hast auch ein bisschen was darüber geschrieben bei uns auf Heise Online. Ja, das war eine ziemliche Überraschung, der Deal mit Facebook. Der kam quasi aus heiterem Himmel. Und dass die jetzt 2 Milliarden Dollar für so eine, ich sag jetzt mal, etwas überarbeitete Skibrille mit so ein paar Bändern irgendwie ausgeben, das war schon eine ziemliche Überraschung. Aber dass die Industrie jetzt hinter VR so hinterher ist, das kündigte sich schon so ein bisschen in der letzten Woche an, auf der Game Developers Konferenz in San Francisco. Da hatte nämlich Sony auch seine eigene erste VR-Brille vorgestellt, das Projekt Morpheus. Und da konnte man an den Ständen so sehen, lange Schlangen davor. Also VR ist wirklich das nächste große Ding, das ist der absolute Hype. Jeder wollte mal durchgucken und dieses Thema auszuprobieren. Und ja, Mark Zuckerberg, der fackelt da nicht lange, der sagt, das ist cool, da gebe ich jetzt mal Geld aus. Finde ich auf der einen Seite eigentlich ganz gut, weil wenn man so andere IT-Firmen kennt, da sagt der Controller, wir wissen nicht, ob das was wird. Wenn man hier ein falsches Spiel spielt, dann wird einem kurz übel. Also, dass der einfach mal so zwei Milliarden da rausrotzt, also Hut ab, das ist schon mal Risiko. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, gucken wir uns vielleicht mal ganz, vielleicht kennt es nicht jeder, nochmal ganz kurz die Brille an. Was ist denn das genau? Vielleicht können wir es auch, kannst du es mal kurz in die Kamera halten? Also das ist, du hast gesagt, es ist eine Skibrille, es ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen mehr dahinter. Also anfangs war es tatsächlich eine Skibrille, wo mit Gaffer-Tape wurde dann eben halt, wurde ein etwas größeres, heute würde man sagen, Phablet-Display davor geklebt und dann noch ein kleiner Bewegungssensor. Das ist jetzt quasi hier das Display, ne? Ja, hier steckt es irgendwo drin. Genau, da sind zwei einfache Glaslinsen dann davor und man schaut quasi mit beiden Augen jetzt auf ein Display. Hier die erste Version, die hat noch eine Auflösung von 1280x800 Pixeln. Jedes Auge sieht dann die Hälfte davon. Das wird dann, ja, über Verzerrer dann so angepasst, dass man, wenn man das direkt vor den Augen hat, dann quasi das ganze Blickfeld ausgefüllt ist. Und das war eigentlich die Neuerung. So sieht das dann aus. Genau, so sieht das dann aus. Also das war auch tatsächlich die Neuerung bei der Rift gegenüber älteren VR-Systemen. Also man bekam keine Kopfschmerzen mehr, man konnte wirklich nicht nur durch so einen kleinen Tunnel was sehen, sondern das ganze Blickfeld war auf einmal vom Spiel erfüllt. Jetzt die ersten Versionen, da verwischt das Bild noch, wenn man den Kopf ein bisschen schnell bewegt. Und die Bildauflösung ist auch, wenn man sich vorstellt, so, was haben wir, 800 Pixel mal 640 Pixel. Wenn man die auf das komplette Seefeld irgendwie aufweitet, dann sieht man doch jeden einzelnen Punkt noch. Mir fällt gerade auf, ich habe die jetzt seit langer Zeit erst mal wieder in der Hand. Die sieht so massiv aus, aber die ist echt sauleicht, ne? Ja, das ist einfach Plastik. Das sind ein paar Strippen dran. Sonys Project Morpheus, also eins muss man ja Sony lassen, die sieht deutlich cooler aus. Die hat vorne blaue Lichter, das Ganze sieht sehr futuristisch aus. Und auf der GDC hat Oculus jetzt ja auch eine neue Version vorgestellt. Die hat eine etwas höhere Auflösung, aber was vor allen Dingen an der neuen Brille besser ist, ist ein OLED-Display. Und jedes einzelne Bild wird immer nur für drei Millisekunden beleuchtet, sodass wenn man den Kopf schnell schwenkt, dann verschwimmt da nichts mehr. Und es wird einem nicht so schnell übel. Das ist wirklich bei vielen Spielen momentan auch das Problem. Die Spielehersteller testen sehr viel aus, was geht in VR, was geht nicht. Die meisten Videospiele sind dafür einfach zu schnell, es passiert zu viel. Und nach zehn Minuten denkst du, boah, ich muss das Ding absetzen. Also da muss noch sehr viel entwickelt werden, auch wenn die Hardware schon ziemlich weit ist. Aber bei den Spielen, da ist noch sehr viel zu tun. Also ich glaube nicht mehr, dass das dieses Jahr was wird. Mit der Brille? Weder mit der Rift noch, ich denke, auch Sony. Die werden jetzt erst mal gucken, was die Entwickler machen. Sony muss beim Display noch ein bisschen nachlegen. Bei denen verwischt die Sicht immer noch, wenn man den Kopf bewegt. Bei Oculus inzwischen nicht mehr. Also dieser Schwindel-Effekt, den man da hat, diese Simulationskrankheit, glaube ich, heißt das, ne? Ja. Hat das mit dem Verwischen zu tun? Das hat damit zu tun, dass man es eigentlich nicht gewohnt ist, wenn man den Kopf bewegt, dass das Bild, was die Augen wahrnehmen, dann erst, ich sag mal, 30 Millisekunden später kommt. Und da müssen die Verzögerungen, die Latenzen, die müssen noch möglichst runtergebracht werden. Und auch die Bewegung, also wenn ich meinen Kopf bewege vor und zurück zur Seite, das muss wirklich bis auf die Nachkommastelle bei den Parametern angepasst werden. Wenn ich da falsche Augenabstände habe, falschen Drehwinkel um meinen Nacken herum, dann wird mir ganz schnell ganz übel, weil ich bin das nicht gewohnt. Das ist dann so ein bisschen, als wenn man sich auf dem Schiff bewegt. Gut, aber es ist ja wahrscheinlich was, was technisch lösbar ist. Und vielleicht, also würdest du sagen, so aus deiner Einschätzung, ich meine, es war ein Kickstarter-Projekt, wo quasi davon gelebt hat, dass Leute da gesagt haben, wir wollen das haben, wir investieren da rein. Jetzt haben die sehr, sehr viel Geld natürlich in die Hand bekommen. Würdest du sagen, ist das was, wo der Brille jetzt vielleicht auch hilft, dass sie technisch eben an diese Feinheiten hinbekommen, weil sie jetzt einfach das Kapital dafür haben? Das denke ich schon. Also ich schätze Oculus auch so ein, was die bisher in den anderthalb Jahren auf die Beine gestellt haben. Das hat alles Hand und Fuß. Auch die Leute, die der Chef Palmer Lucky da um sich geschart hat, die haben alle echt Ahnung. Also Herr John Kamek als Leiter der Technischen Entwicklungsabteilung, er hat von Valve Software einige Experten rübergeholt und die wissen schon tatsächlich, was sie tun. Auch wenn man sich dieses SDK hier anguckt. Also die Entwicklerumgebung, das ist ja quasi die Entwickler-Lesson. Genau, das ist eigentlich nur für Entwickler. Da gibt es ja noch nichts. Das hat alles Hand und Fuß, das schließt man an, es funktioniert. Das hat man bei ganz vielen anderen Geräten, hat das nicht. Und das wird auch wahrscheinlich Mark Zuckerberg gesehen haben, dass dieses kleine Start-up da, dass das alles wirklich Experten in dem Gebiet sind. Und dass wenn er sich da einkauft, dann spart er einfach ein, anderthalb Jahre Entwicklungszeit, was ja heute sehr, sehr viel ist. Wer zuerst rauskommt, mal zuerst. Und deswegen hat er da sein Portemonnaie aufgenommen. Meine Frage, Sony hat ja nun sein eigenes Ökosystem, vor allem halt mit der PlayStation und so. Die Brille von Sony ist dann so gedacht, dass sie dann nur auf der PlayStation 4 funktioniert, oder? Sony hat natürlich seinen PlayStation-Brand. Das wird dann erst mal nur mit der PS4 dann laufen. Aber Sony arbeitet ja auch daran, ihr ganze Spiele-Ökosystem nur noch als Dienst zu verkaufen. Das soll dann gestreamt werden auf alle Sony-Fernseher, auf alle Sony, weiß ich nicht, Blu-Ray-Player, Set-Top-Boxen. Also, dass ich mir speziell eine Hardware, eine Konsole oder irgendwie was kaufen muss und nur darauf spielen kann. Ich glaube, das ist ein Modell, was langsam ausstirbt. Und alles wird ja virtualisiert. Alles kommt nur noch aus der Cloud. Alles wird gestreamt. Ich denke mal, bei den VR-Spielen, das wird noch so fünf Jahre dauern, bis die Auflösung so ist, dass man nicht mehr einzelne Klötzchen sieht, bis die Spiele tatsächlich so sind, dass einem da nicht mehr kurz übel bei wird. Das braucht noch so vier, fünf Jahre. Dann haben wir eine super hohe Auflösung. Dann kann auch jedes iPhone irgendwie von der Rechenleistung her das darstellen, dass ich keine Kabeln, einen dicken Rechner mehr brauche. Brauche ich vielleicht noch nicht mal ein iPhone, sondern ist quasi die Smartphone-Technik in der Brille mit drin. Das ist alles mit drin dann. Und dann wird das Spiel irgendwie vielleicht noch lokal gespeichert, aber sonst kommt das irgendwie per Funk dann da drauf. Das braucht noch, ich denke mal, fünf Jahre. Und dann ist das, denke ich mal, ein Massenprodukt. Und ich glaube, auf diesen Zeitraum spekuliert auch Zuckerberg, wenn er sagt, das soll dann ein Massenprodukt werden. Ich meine, das Ding lässt sich auch für einen Apple und einen Keks produzieren. Das ist gerade der Vorteil daran. Es ist keine teurere Raketentechnik. Wie viel teuer soll die werden? Jetzt die Entwicklerversion, das waren, glaube ich, Selbstkostenpreise 300 Dollar. Aber wenn die Stückzahlen hochgehen, dann kannst du so einen Teil später für, weiß ich nicht, 200 Dollar, vielleicht 100 Dollar irgendwie produzieren oder verkaufen. Ja, wenn wir denken, was so ein Tablet heute noch kostet. Du bist ja super optimistisch, wenn ich das so höre. Ich habe mich auch gerade gewundert, diese neutrale Darstellung. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin morgens aufgewacht, habe diese Nachricht gelesen und habe gesagt, mein Tag ist im Eimer. Und ich habe es auf Facebook gleich geliked. Warum? Was habt ihr gegen den Menschen? Ich meine, er ist reich. Das geht nicht um einen Mann, einen selbst. Aber den Neig muss man sich erst mal erarbeiten. Naja, du sagst jetzt, du sagst jetzt, Mark Zuckerberg kommt da hin und kauft sich das Projekt, weil er sagt, er glaubt an die Idee und gibt da denen ein bisschen Geld damit, die das Produkt machen, das wir uns alle wünschen. Ich sage, Oculus hat ein Produkt gemacht, das ist das spannendste Produkt, das ich in den letzten drei, vier Jahren gesehen habe. Ich habe ein Konto, auf dem spare ich immer mir so extra Sachen, die ich dann ausgebe. Da habe ich jetzt mir ein Fahrrad damit gekauft und das nächste, was ich mir so von dem Konto gemacht habe, da habe ich mir dann, das ist jetzt mein, für die Oculus Rift, Shabar Hitchman. Und ich bin morgens hingegangen und habe gedacht, ey, nee, ich will das Ding nicht mehr haben, weil ich halt nicht daran glaube, dass die Oculus Rift unter Facebook die sein wird, die ich haben will. Die ersten Gedanken waren halt gleich irgendwie, dass man fahren will auf dem Ding, nur noch zockt und in irgendwelchen virtuellen Chaträumen oder sowas rumrennt. Nee, nee, das wird nicht der Punkt sein. Also ich denke mal, dass die Spieleindustrie sehr geeignet ist, dieses Produkt wirklich massenkompatibel zu machen. Dass es so funktioniert, dass auch deine Mutter das irgendwie aufsetzen kann und sagt, das ist toll. Zuckerberg ist insofern ein guter Partner für Oculus, weil Facebook hat bisher keine eigene Spieleplattform. Das ist nicht wie Microsoft, die dann gesagt hätten, ja, wir machen das nur für unsere Xbox. Da hättest du aber mit deinem Windows-Tablet, oder ja, Windows wäre noch nicht, aber Android-Tablet, hättest du da ganz, ganz alt ausgesehen. Auch wenn Nintendo gesagt hatte, wir nehmen das nur für unsere Wii U, hätte man alt ausgesehen. Valve wäre ein ganz toller Partner, die sind ja auch eng noch zusammen, noch. Aber man muss sehen, Facebook ist, die sind neutral. Die sind bisher in der Spieleindustrie nicht aufgetreten. Ja, es gab dann so ein paar kleinere Spielchen, die aber, ja, die haben eine große Masse erreicht, aber es war jetzt nicht, das hier ist ja ein Geek-Produkt. Ja, das ist ja was völlig Neues für Facebook. Und ich glaube, Facebook wird es nicht für irgendwelche Social Games, für irgendwelche Free-to-Play-Games nehmen, sondern die werden das sagen, ja, okay, da kann man dann auch den Leuten, dann weiß ich nicht, virtuelle Hotelzimmer, Hotelbuchungen machen. Man kann sich selbst mit einem virtuellen Körper, kann man Klamotten anprobieren. Also da ist ein wahnsinniges Werbe- und Verkaufspotenzial dahinter. Genau, aber genau das ist mein Problem. Also bei mir, momentan funktionieren für mich, also für mich funktionieren Spiele so, dass ich, wenn ich eine Konsole oder einen Rechner und ich kaufe mir ein Spiel und dann habe ich das gekauft und das ist das Produkt und das benutze ich jetzt. So funktioniert für mich eine Konsole. Und Facebook funktioniert für mich so, ich benutze einen Dienst kostenlos, weil ich das Produkt bin. Meine Daten, ich werde verkauft an irgendwelche Werbepartner und genau das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Und meine Sorge ist, dass... Das kann aber auch einer anderen. Ja, aber ich finde, das ist anders. Und ich glaube, wenn Oculus, wenn Facebook seine eigene Firmenphilosophie auf die Oculus transferiert, dann wird diese Welt nicht so funktionieren, wie ich will. Ich wünsche mir eine virtuelle Welt, in der ich viel machen kann, in der ich auch selber sehr aktiv werden kann, selber mitgestalten kann vielleicht, wo es Spiele gibt und alles. Und ich glaube, also ich sehe nicht, dass das zusammenpasst mit dem, was Facebook macht. Aber mal ganz ehrlich, glaubt denn wirklich irgendjemand, Facebook will da jetzt irgendwie so ein Second Life in Virtual Reality machen? Nein. Weil das ist total erfolglos. Ich meine, guck dir mal den kurzen Hype von Second Life an. Aber das war gar nicht mehr so, sondern eher genau die Sachen, die Hartmut halt angesprochen hat, wo es um Vermarktung von anderen Produkten geht, wo es halt so weit in den Mainstream reingeht, wie diese Social Games. Du meintest ja, es gab einen Haufen Leute, die es gezockt haben. Und zumindest ich hatte null Interesse daran, weil das halt diese oberflächlichen, kurzen Spielchen sind. Sondern ich will halt die wirklich coolen, ausgeklügelten Spiele haben. Simulationen, was auch immer so. Ja, aber für Zuckerberg geht es nicht um den Spielemarkt. Das ist für ihn wohl so geklärt. Genau, das ist das Problem. Ja, nein, aber wenn dieses Produkt massenkompatibel werden soll, dann musst du wirklich auch über den Spielemarkt drüber hinaus gucken. Und jede Firma sammelt heute Daten. Electronic Arts sammelt irgendwie deine Daten. Sony sammelt deine Daten. Microsoft sammelt deine Daten. Nur Facebook ist eben halt die größte Firma nach Google. Die hätten es auch kaufen können. Und da haben sich, glaube ich, bei Oculus überlegt, mit wem steigen sie ins Bett? Und wahrscheinlich auch, wer bietet am meisten Kohle? Also bei zwei Milliarden, würde ich auch sagen. Ja, ich hoffe, du hast recht. Vielleicht ist ja auch nachher die Lösung, dass Facebook das Ding bezahlt. Und dann hauen wir uns alle, dann jailbreaken wir die und hauen irgendwie ein SteamOS drauf und haben dann trotzdem ein günstiges Produkt mit einer eigenen Oberfläche oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch erst der Anfang. Und Facebook will viel weitergehen. Will wirklich Spieleplattform-mäßig einsteigen. Und vielleicht ist es ja auch erst der Auftakt zum Kauf von Steam. Oder sowas, wer weiß es. Ja, aber es wird auch nicht die einzige Brille bleiben. Also Sony ist jetzt erst der erste Große, der gesagt hat, wir machen das auch. Man kann davon ausgehen, Nvidia hat sowas sicherlich in der Pipeline drin. Microsoft macht auch irgendwie was. Ja, es wird, denke ich mal, in fünf Jahren, wenn das Ding so weit ist, dass es wirklich, ich sage jetzt mal, mehr als nur 100.000, 200.000 Hardcore-Spieler irgendwie interessiert, da wird es so sein, dass wir eine ganze Palette von 10, 20 Anbietern haben werden, die solche virtuellen Ski-Brillen verkaufen. Du hast ja vorhin gesagt Rocket Science. Also eins würde mich schon noch interessieren. Dieses Konzept wirkt jetzt erst mal so, als könnte man es sehr leicht, gut oder besser nachbauen, wenn man genügend Power hat dahinter. Also wenn ich zum Beispiel Sony bin oder wenn ich Nvidia bin oder so. Das heißt, dieser Vorsprung, den Sie jetzt haben, der wird ja wahrscheinlich ziemlich schnell verschwinden, oder? Ich denke mal, vor Sony haben Sie, bei der Display-Technik haben Sie etwa einen Vorsprung von einem Jahr, vielleicht einem halben Jahr. Doch, so viel. Sony ist sehr weit vorne, was die Controller angeht. Die Move-Controller sind also sehr gut geeignet für VR. Auch das Design ist sehr geeignet. Das sind diese Dinger mit den bunten Bällen drauf. Genau, mit den bunten Bällen. Sowas hat Oculus derzeit noch nicht. Es gibt noch keinen vernünftigen Controller. Sixth Sense hat jetzt was auf der GDC gezeigt, was aber noch zu teuer ist. Die GDC ist ganz kurz eine Entwicklerkonferenz für Gamer. Für Spielentwickler. Die war letzte Woche mit über 20.000 Teilnehmern in San Francisco. Ist einmal im Jahr da. Gibt es auch hier in Europa. Vor der Gamescom findet das immer statt. Jedenfalls, also da müssen Sie noch nachlegen. Und bei den Spielen. Sony hat sehr, sehr viele eigene Spielentwicklerstudios mit die Besten der Welt, die dann auch die Spiele darauf abstimmen können. Und darauf wird es drauf ankommen. Die Software ist das Wichtige. Die Hardware. Gut, man muss kurze Latenzen hinkriegen. Da hat der John Carmich hat da auch einige tolle Ideen so. Aber es gibt noch andere schlaue Köpfe, die sowas nachbauen können. Hardware macht das heute nicht mehr. Die Software ist das Entscheidende. Gut, und dafür brauchen Sie natürlich auch einen wirklich starken Partner. Das ist klar. Von wegen dieses Know-how und so weiter. Wir haben halt auch schon Beispiele gesehen von Fricklern, die aus einem 3D-Drucker sowas ähnliches gedruckt haben beispielsweise. Wie eine Halterung für ein Smartphone einfach. Und dann mit einer Smartphone-App gearbeitet haben. Und das hat zumindest auch funktioniert. Haben dann die Sensoren von dem Smartphone verwendet und so. Und sah nicht ganz so schick aus vielleicht. Aber an sich hat das auch funktioniert. Und das waren halt ein paar Hobby-Entwickler. Ja, und die Technik muss ja erstmal, ich meine, die muss ja erstmal an den Markt kommen und sich dort beweisen. Bisher hat Oculus davon 70.000 Stück verkauft. Also nimmt man jetzt mal 300. Die haben noch nicht so den Umsatz gemacht. War halt auch noch nicht aufs Publikum abgezielt, sondern auf die Entwickler. Es war der Hype bei uns Technik-Magazin und den Technik-Kreisen. Ja, aber wenn ich beim nächsten Familienfest meine Tante frage, hier kennst du Oculus Rift, da sagt die, was? Aber das muss erstmal ankommen. Aber wir hatten ja, hier war in der Firma ja Zukunftstag gestern. Da waren junge Mädels und Jungs und haben sich unseren Betrieb angeguckt. Und das Highlight für die war mit großem Abstand, wir haben mit denen die Oculus Rift mit so einer Achterbahnfahrt gemacht. Und die saßen da alle drinnen. Und die haben sofort gesehen, wie cool das ist. Und also dieser Effekt. Also klar, die Wahrnehmung ist noch nicht so da. Aber diesen Effekt, diese Brille, nicht nur auf mich und dich. Ich habe das Ding angezogen und dachte, endlich ist es. Endlich haben wir VR, wo ich eigentlich schon sehr lange traue. Aber wirklich, dass halt auch ein zwölfjähriges Mädel, das eigentlich jetzt nicht Heise liest oder die CT liest, dass die total gefangen wird davon. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Und das zeigt mir, glaube ich, dass es auch wirklich ein großes Thema werden wird. Das ist es. Und der Trick bei Oculus war, dass sie eben halt Standardbauteile aus der Industrie genommen haben, haben die mit Gaffer-Tape zusammengeklippt und dann hat es funktioniert. Aber das heißt auch, andere Firmen werden das auch nachbauen können, wenn jetzt nicht die Patente da machen. Oculus wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so mitteilsam sein, dass sie jetzt erzählen, ja, wir haben da das Tolle entwickelt und da noch zehn Millisekunden rausgeholt bei der Latenz. Das wären sie, glaube ich, jetzt mehr... Was ich so faszinierend an der ganzen Geschichte mit Oculus auch finde, ist, es gibt ja schon seit Jahren Bestrebungen von anderen Unternehmen. Ich meine, Zeiss hat, glaube ich, eine VR-Brille rausgebracht. Sony hatte vorher auch schon eine VR-Brille. Wirklich große Mega-Player haben sich an VR-Brillen versucht. Und das ist die erste, die wirklich jeden umhaut. So ein kleines zusammengetapetes Ding. Weil es billig ist. Ja, es gibt natürlich die großen Caves. Es gibt irgendwie große Systeme, die, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro irgendwie kosten. Die gab es schon länger. Aber das ist so für wirklich... Ich rede jetzt auch von den Consumer-Teilen. ...mit Low-Tech zusammengeschraubt werden konnte. Da waren sie tatsächlich da die Ersten. Ja, und ich glaube, da war auch ganz viel mit Smartphone-Technik tatsächlich. In jedem Smartphone sind die Sensoren drin, die du für so ein Ding brauchst und wenn du es richtig nutzt. Und das Display. Und jetzt mit dem Background von Facebook können sie eben halt auch hingehen und sagen, hey, wir brauchen jetzt OLED-Displays, die eine sehr, sehr hohe Auflösung haben, kurze Schaltzeiten. Da mieten wir uns einfach mal eine FEP, dann eine Produktionslinie selbst an. Das konnten sie vorher eben halt nicht machen. Deswegen, das wird das beschleunigen. Na gut, ich bin da ein bisschen skeptischer, was das für Auswirkungen hat. Aber na gut, wir werden es sehen. Ich würde sagen, ich finde jetzt keine gute Überleitung, aber ein harter Sprung aus der Spielewelt in die Welt der Politik. Aber so verschieden sind die Themen. Ja, vielleicht auch nicht. Der Staat hat wieder am Jugendmedienschutz rumgebastelt, Holger. Sehe ich das richtig? Ja, die sind gerade dabei. Also was heißt der Staat? Das Dumme in Deutschland ist ja, finde ich, wenn meine Begriffe ist, dass Jugendmedienschutz, genauso wie die ganze Bildungspolitik, auch ja leider nicht Bundessache ist, sondern Ländersache. Das heißt, da müssen sich immer alle Bundesländer zusammenraufen und einen Konsens finden. Also einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und der ist jetzt wieder mal rausgekommen. Die haben das jetzt letztes Mal, ich muss dazu sagen, vorweg, die Regelung, die wir jetzt haben für den Jugendmedienschutz, also alles, was Jugendschutz im Internet angeht, ist von 2003. Das ist der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Also MSTV heißt der. Das ist so ein Staatsvertrag, den die Länderschefs untereinander ausführen. Und der regelt quasi den Zugang oder wie man den Zugang gestaltet für Kinder zum Internet. Der regelt zum Beispiel, für welche Inhalte es wirklich ein hartes Ab-18-Schutzsystem bedarf, also zum Beispiel harte Pornografie. Oder was entwicklungsbeeinträchtigte Inhalte sind, das sind eher softere Inhalte, ab 16 Inhalte, die aber Kinder ab 12 nicht unbedingt zu sehen bekommen sollten. Da gibt es verschiedene Paragraphen, wo das jeweils geregelt ist. Und dann gibt es halt verschiedene Schutzmechanismen. Und die kennen wir alle, die sind hochgradig lächerlich teilweise. Also es heißt natürlich, es gibt diese harten Barrieren, wo man seinen Ausweis einschicken muss oder sowas. Klar. Dann gibt es aber auch softere Barrieren, wo man klar sagen muss, dass hier kommt Inhalt ab 16 wegbleiben oder... Das wirkt immer sehr gut. Oder zumindest eine Ausweiskopie einschicken. Nein, das ist nicht so wie zum Beispiel jetzt bei diversen amerikanischen Pornoportalen, dass du einfach sagen musst, ja, ich bin 18. Nee, so ist es nicht. Naja, im deutschen Fernsehen, also als Jugendlicher, wer hat da weggeschaltet, wenn man noch nicht 16 wäre. Na klar, das ist total lächerlich. Und deswegen, weil das auch niemand macht, und das gibt es ja auch im Web kaum, diese Sperren gibt es noch die komische Sendezeitbegrenzung. Das liegt daran, dass der ganze Jugendmedienschutz aus dem Rundfunkbereich kommt und auch immer noch aus dem Rundfunkbereich geregelt wird, lächerlicherweise. Und das heißt natürlich, dass zum Beispiel, wir kennen das alle, der Sonntagstatort in der Mediathek ist meistens ab 12. Das heißt, der darf dann auch erst ab 20 Uhr geguckt werden. Inhalte ab 16. Teilweise gab es ja auch Tatorte, die auch im Fernsehen erst ab 10 kommen durften. Die durften im Internet auch erst ab 10 angeschaut werden, in der Mediathek und sogar Inhalte ab 18, sogar erst ab 23 Uhr. Das ist natürlich total lächerlich, weil ein Klick weiter sind die harten amerikanischen oder sonst aus anderen Ländern Pornoportale, wo du überhaupt keine Schutzbarrieren hast. Es sind eigentlich Gesetze, die für das Medium Internet überhaupt nicht geschrieben wurden, oder? Nein. Sondern halt für die alten Medien, für Fernsehen etc. Man sollte ja denken, 2003 gab es ja nun auch schon ein Web, da sie da wenigstens langsam angefangen haben zu lernen. Aber 2010 wollten sie genau diese Rechtsprechung wieder, diese Gesetzgebung wieder fortsetzen. Das ist dann gescheitert am Land Nordrhein-Westfalen, was da nicht mitmachen wollte. Ganz kurz, das heißt, momentan ist so eine Einschränkung freiwillig und nicht verbindlich. Also, dass der Tatort da kommt, oder ist das auch schon verbindlich? Müsste ich meine Webseite, wenn ich Content ab 16 drauf habe, müsste ich die dann auch zumachen bis? Müsstest du eigentlich tun. Und könnte ich dafür rechtlich belangt werden momentan? Oder was sind denn die Folgen? Ordnungsgelder. Also, es kann sein, dass du Bußgelder bekommst. Also, wenn ich da jetzt nur je Busen zeigen würde, dann... Es gibt es auch tatsächlich. Es gibt ja, wir haben ein Regime, nennt sich das, der regulierten Selbstregulierung. Das ist ein absurder Begriff und genauso absurd wird es auch durchgeführt. Und es gibt eine Kontrollinstanz, die vom Staat eingesetzt ist. Die heißt Kommission für Jugendmedienschutz, KJM. Und die überwacht, dass die Industrie sich gut selbst reguliert. Das heißt, solange Google einen Safe-Search-Filter hat, der natürlich jederzeit abschaltbar ist, auch von jedem Kind, reicht das, sagt die Kommission. Und wenn andere... Die eine Krähe hackt der andere kein Auge aus. Man kann dort bei der KJM-Mitglied werden, dann hat man gewisse Vorzüge und so weiter. Ich wollte gerade fragen, wer sitzt denn da drin in diesem Gremium, in dem Kontrollgremium? Das sind aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus der Industriemitglieder. Dann gibt es die FSM. Also, unter anderem auch Leute, die selber kontrolliert werden quasi, sitzen in diesem Gremium. Nee, die sitzen in der FSM. Ach so. Das sind die in der KJM. Die in der KJM sind tatsächlich wirklich Staatsbedienstete. Bevor wir da jetzt auch zu tief reingehen, glaube ich. Ich könnte auch zwei Stunden... Ja, ich merke das schon. Aber die Sache, also für mich ist ja spannend, also mich hat das irgendwie gefühlt noch nie betroffen. Aber jetzt gibt es wohl Änderungen, die könnten mich betreffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Grunde genommen ändert sich oder soll sich gar nicht so viel ändern, was ja auch das Absurde ist. Also, es ist so, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dem Jugendschutz Genüge zu tun. Die gibt es eigentlich schon jetzt. Das soll jetzt nur noch mal festgeschrieben werden. Eine große Änderung wird das gar nicht werden, komischerweise. Das heißt, du kannst ein unsichtbares Bepperle auf deiner Webseite machen. Das ist ein XML-Code. Also wirklich, der ist nicht sichtbar. Aber der kann von einem Programm ausgelesen werden. Und da kannst du sagen, meine Seite ist erst ab 12 oder meine Seite ist erst ab 18. Damit würdest du jetzt dem Jugendschutz auch Genüge tun, weil es zwei Programme gibt, laut KJM neuerdings, seit Mitte letzten Jahres, die in der Lage sind, diese Label auszulesen. Und es gibt die theoretische Möglichkeit für Eltern, diese Programme einzusetzen, um ihre Kinder vor diesen Inhalten zu schützen. Das machen zwar kaum Eltern, aber damit ist dem Jugendschutz genüge getan. Das heißt, du musst auch keine Sendezeitbeschränkung mehr machen. Es reicht, wenn du diese Aufkleber, die garantiert niemals jemand ausliest. Aber egal, wenn die drauf sind, hast du dem Jugendschutz genüge. Gut, aber das wäre im Prinzip, also ich kenne das so vom iPad. Beim iPad kann ich, muss ich bei Apps, gibt es halt auch so Altersbegrenzungen, auch bei Filmen und so. Und dann ist aber das System, sorgt dafür, dass du dort eine Einschränkung machen kannst. Und ich finde es an sich, also das würde bedeuten, dass wir alle so ein Ding auf unserer Seite unsichtbar posten müssen. Und dann ist es da. Ja, aber ist es wirklich so schlimm? Weil ich meine, auf der anderen Seite, du sagst jetzt so, dass es so lächerlich ist, aber auf der anderen Seite irgendwie, irgendwie muss man sich ja schon überlegen, wie man so einen Jugendmedienschutz macht. Also ich finde es schon richtig zu sagen, dass man... Ja, das ist das Dilemma. Wer hat denn Interesse jetzt an dieser Änderung? Wer steckt denn da hinter? Frage 1, 2, 2. Das ist tatsächlich das Dilemma. Also der Staat hat ja auch den Auftrag, der ist auch grundgesetzlich geregelt. Der Staat hat die Kinder zu schützen. Also das ist nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern auch Aufgabe des Staates so. Und der Staat versucht eben auf solche Weisen dem Genüge zu tun, ohne die Nutzer zu sehr zu belasten. Hier ist es natürlich, also in dem konkreten Fall, das mit den Aufklebern ist eindeutig getrieben von der Erotikindustrie, von der deutschen Erotikindustrie. Die stecken übrigens auch hinter dem wichtigsten Filterprogramm, was jetzt genehmigt wurde. Die haben das eigentlich mitentwickelt. Zwar über eine Tochterfirma, aber das heißt, die wollen unbedingt, dass es so ein Filterprogramm gibt, wie es vorgesehen ist und dass man diese Label setzen kann, weil dann können sie die Sendezeitbeschränkung aufheben. Im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, als das erste Programm genehmigt wurde, dass es auch solche ab 18 Bepperl auslesen kann, dass es funktioniert, haben sofort alle ihre Sendezeitbeschränkungen, die, die es interessiert, aufgehoben. Weil natürlich haben die einen riesen Wettbewerbsnachteil. Das ist ja auch absurd. Wir sind hier, wir sind doch keine einsame Insel im Web. Das heißt, der Gesetzentwurf zum Jugendschutz wird nicht vorangetrieben von Kirchen, Jugendschutzverbänden und so weiter, sondern von der Erotikindustrie, die sich dadurch einen Persilstein erhofft. Genau. Wir nennen das immer, ich habe das auch in Artikeln schon öfter so gesagt, ein Feigenblatt. Das ist nichts anderes als ein Feigenblatt, aber im Grunde genommen, wenn du nicht ganz hart auf Netzwerkebene eingreifst, musst du kapitulieren, weil du kannst, mit solchen Insellösungen kommst du ja auch nicht weiter. Im Grunde genommen hilft da nur eine chinesische Firewall, wenn du wirklich, wenn du wirklich die, für alle Familien die schädlichen Inhalte, in Anführungszeichen, ob die nun wirklich alle entwicklungsschädigend sind, sei mal reingestellt. Aber um die wirklich fernzuhalten, musst du zu viel drakonischeren Maßnahmen greifen, eigentlich. Vielleicht noch als letztes, wäre für mich jetzt die Frage, wenn das jetzt so verabschiedet wird, also erst mal, wann würde das, oder wie läuft das jetzt zeitlich weiter? Und wenn das verabschiedet wird, was heißt denn das für mich, wenn ich jetzt eine Webseite habe? Also ich habe ein privates Blog zum Beispiel, heißt das, ich muss sowas dann machen und wenn ich es nicht mache, kann ich dafür bestraft werden? Oder wie sieht das genau aus? Das nennt sich nicht Strafe, das nennt sich Ordnungswidrigkeit. Aber klar, du kannst natürlich zur Verantwortung gezogen werden unter Umständen. Im Moment gilt diese Regelung noch nicht. Das ist jetzt der erste Entwurf. Die haben lange ihre Wunden geleckt und jetzt haben sie wieder einen neuen Entwurf gebracht. Und der soll aber Ende 2014, Anfang 2015 verabschiedet im Gesetz werden. Und das würde dann bedeuten, dass es zwei Altersstufen gibt, ab 12, ab 18, mit denen du solche Aufkleberchen dran machen musst. Es gibt ein eigenes Klassifizierungstool, damit kannst du es ungefähr einordnen, taxieren, meine Seite ist vielleicht eher ab 12 oder eher ab 18, je nachdem, was ich für Inhalte habe. Also die Stufe ab 16 fällt weg, die gab es bislang, die würde dann wegfallen. Der Punkt ist, was die machen wollen, ist, die nutze auch für User-Generated Content. Also zum Beispiel, wenn du einen Blog hast, wenn in deinen Kommentaren entwicklungsschädigende Inhalte sind, dich dafür auch zur Verantwortung ziehen. Das heißt, wenn mir jemand was da reinpostet und ich habe einen ab 12 Kleber drin, dann kann ich dafür eher kriegen, wenn es nicht ab 12 ist. Genau. Und das Neue ist wirklich, dass du sollst für ein gescheitertes Beschwerdemanagement sorgen. Das heißt, wenn jemand sich beschwert bei dir, dann sollst du auch bitte dafür sorgen, dass der Inhalt umgehend verschwindet. Damit hättest du dem dann auch genüge getan. Das heißt, du musst eigentlich 24-7 auf deine Webseite dann aufpassen. Nee, das wird dann so ähnlich laufen, wie es jetzt schon zum Beispiel bei der berühmten Forenhaftung ist. Das heißt, in einem angemessenen Zeitraum, in einem zumutbaren Zeitraum. Das heißt, innerhalb wenigen Stunden normalerweise. Das heißt jetzt, wenn du jetzt drei Wochen in den Blog fährst und deinen Blog weiterlaufen lässt, solltest du am besten deine Kommentarfunktion so lange abschreiben. Oder ich sage von vornherein, hey Leute, ich bin ab 18, dann bin ich fein raus. Ganz genau. Dann habe ich nur die... Dein Blog ist ab 18. Ganz genau. Dann habe ich nur das Problem, und wenn tatsächlich irgendjemand mal diese Filter einsetzen sollte und aktiviert, dann hast du natürlich alle Jugendlichen aus deinem Blog ausgeschlossen. Das ist natürlich die Frage, ob du das willst. Ja, dass ich dann auf die drei verzichte, die eben halt diesen Filter... Ich weiß ja nicht, was du für den Blog betreibst. Ist denn da auch, also was für mich noch viel spannender ist, ich meine, momentan scheint ja auch kein Kläger da zu sein, aber wenn du Vorenhaftung und sowas sagst, dann denke ich ja auch an sowas wie Abmahnwellen oder so. Wäre sowas auch denkbar, dass dann irgendwelche findigen Leute damit Geld verdienen können, mich und dich mit unseren Webseiten abzumahnen, weil wir irgendwie das nicht richtig ausgezeichnet haben? Nein. Solange du deinen Blog privat betreibst. Wenn es ein Business-Blog ist, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil dann kann es natürlich unlauterer Wettbewerb sein, weil du dir dann, dadurch, dass du dieses Jugendschutzrecht brichst, einen Vorteil verschaffst. Aber solange du das privat betreibst, droht dir nur Ärger von Seiten der Kontrollgremien nicht. Das heißt, das Ganze jetzt, irgendwie ist das keine richtig gute Lösung, aber es ist auch nichts, wo ich persönlich richtig große Probleme zu erwarten habe. Das würde niemandem besonders wehtun. Das ist meine Konklusio. Aber es hilft nur leider nichts. Man kann nur an alle Eltern appellieren, verlasst euch nicht auf diese Filter und schon gar nicht, verlasst euch gar nicht auf den Staat, sondern schaut immer nach, was eure Kinder da so im Netz treiben. Verbietet ihnen aber um Gottes Willen auch nicht alles. Und den praktischen Vorteil, den wir Erwachsene haben, ist, dass wir demnächst den Tatort dann auch um 15 Uhr schon schauen können? Nein, ich habe nochmal bei ARDN ZDF nachgefragt. Die haben gesagt, solange diese Filterprogramme von keinem Elternteil eingesetzt werden, so wie es im Moment aussieht in Deutschland, die haben eine Verbreitung von nicht mal ein Prozent, reicht ihnen das nicht. Das heißt, sie bleiben bei der Sendezeitbeschränkung in den Mediatheken, obwohl sie nicht müssten. Aber du kannst dann Pornos ab 15 Uhr gucken. Das ist ein deutscher Tatort. Das ist alles ein bisschen länger. Na gut, spannend. Also das heißt, weiter auf heise online gucken, was du so Bericht erstattest darüber, da wird es spannend weitergehen. Ja, okay. Dann kommen wir nochmal einmal zuletzt zur CT zurück. Da ist nämlich ein Artikel, der ein bisschen weiter hinten ist und trotzdem finde ich ganz spannend. Hinten stehen ja manchmal die Praxisartikel eher, aber die ein bisschen spannender sind. Und zwar, Hannes, hast du etwas gemacht. Du hast Android auf Windows-Tablets zum Laufen gebracht. Ich habe ein bisschen gebastelt. Wie man sieht, ich habe hier so ein Microsoft Surface gerade da. Typische Windows-Oberfläche mit den Kacheln und so. Kann man von halten, was man will. Und normalerweise hat man halt das Problem, dass man, dass diese Oberfläche mit den Kacheln und so, das ist alles ganz nett zu bedienen mit Touch. Aber bei den meisten Programmen springt der halt immer noch auf den Desktop. Und der macht das jetzt noch nicht mal das. Aber normalerweise springt der auf den klassischen Windows-Desktop und man hat das Problem, dass man keine Maus und Tastatut zur Hand hat und das unterwegs einfach ätzend ist. Und viele Anwendungen einfach nicht für Touch angeht. Obwohl Microsoft das will, viele Anwendungen da finde ich auch gut. Also in den Stores sind noch nicht so richtig viel drin. So, und die Idee war dann einfach, Android auf diese Windows-Tablets zu bringen. Auf verschiedene Arten und Weisen. Eine Idee ist zum Beispiel, es gibt Android ja für x86-Prozessoren, für die Intel Atoms zum Beispiel. Die ROMs sind frei im Internet, die kann man sich runterladen. Und dann gibt's aber auch noch Emulatoren, die halt direkt unter Windows laufen, die man einfach unter Windows startet und das Betriebssystem dann auch parallel benutzen kann. Sprich, du hast irgendeine geile Android-App, die du normalerweise benutzen willst. Candy Crush. Candy Crush, genau. Angry Birds und alle anderen Spiele. Und willst aber trotzdem halt deinen Surface zum Beispiel zu Hause als Rechnerersatz benutzen oder so einen Bildschirm anschließen oder Office halt noch und willst dann halt hin und her schalten. Und ein Beispiel habe ich jetzt hier drauf. Also wie gesagt, man kann das Android einfach installieren. Das ist ziemlich kompliziert und ziemlich groß. Sieht ihr hier? Genau, wir haben hier noch eine extra Kamera. So. Sehr schön. Und das Programmchen, was ich jetzt aber hier habe und was eigentlich am coolsten war, nennt sich BlueStacks, ist wieder eine Desktop-Anwendung. Das heißt, es springt erstmal in den wunderschönen Desktop rein. Braucht dann ein bisschen zum Laden. Und was BlueStacks von den anderen Emulatoren und Lösungen unterscheidet ist, dass es keine vollständige Android-ROM ist. Man hat ja jetzt nicht den Desktop mit Sperrbildschirm und Notification-Bar etc. Sondern einfach nur, das ist so eine Art App-Player. Also man lädt da die Apps rein. Beispielsweise, das ist hier der Hauptbildschirm davon. Beispielsweise über Play oder halt über die Stores, die hier vorinstalliert sind. Oder man lädt sich eine APK-Datei runter. Also diese... Installationsdateien für Android, ja. Genau, für die Apps. Und hat dann hier so eine ziemlich übersichtliche Übersicht. Die auch ganz gut mit Touch bedienen ist. Und man sieht hier schon, ich habe hier ein paar Apps vorinstalliert. Flappy Bird. Und ja, Flappy Bird. Ja, yippie. Habe ich nicht installiert. Oder andere Klassiker, zum Beispiel Angry Birds hier. Also es startet halt innerhalb von ein paar Minuten. Ich könnte hier jetzt auch einfach... Innerhalb von ein paar Minuten. Vor allem ein paar Minuten. Aber wenn es einmal gestartet ist, ist es halt da. Und Performance ist auch eigentlich ausreichend, um mal ein Spiel zu spielen oder welche App auch immer zu benutzen halt. Hast du Unterschiede gemerkt bei der Performance so von der... zu Windows? Oder... Also ist es langsamer, als wenn ich eine App auf Windows... Also der Gag ist ja, es gibt ja so ein paar Programme, die auch Benchmarks, die auf beiden laufen, zum Beispiel 3D-Mark. Und man verliert so die Hälfte der Performance. Okay, also schon ordentlich. Was aber immer noch heißt, dass allein die Grafik-Performance halt um einiges besser ist, als auf jedem Android-Gerät. Ach so, na klar. Weil natürlich in den Windows-Geräten eine ganz andere... Da ist ein i5 drin, ne? Da ist ein i5 drin. Das ist was anderes. Da ist ein i5 drin? Da ist ein i5 auf dem Surface, genau. Und ja, jetzt nur mal zu Demonstrationszwecken hier. Also man sieht schon, es läuft. Und du hast jetzt auch, es sieht jetzt aus wie... Also das macht Fullscreen und das sieht jetzt aus wie... Und ich kann jetzt auch zum Beispiel, also ich bin jetzt hier in dem Programm drin, kann aber auch einfach wieder auf die Kacheloberfläche zum Beispiel springen und weiß ich was starten. Und ähm... Wie stabil läuft denn die Sache? Stürzen die Programme ab? Also BlueStacks läuft super stabil. Ja. Da ist es kaum abgestürzt eigentlich. Auch ziemlich zuverlässig. Bei den Emulatoren, also es gibt da noch so Jenny Motion beispielsweise. Ähm, die laufen auch auf dem Windows-Desktop. Sind instabiler. Ähm, manche emulieren halt ARM-Prozessoren. Die sind saulangsam. Ähm, andere laufen halt nativ wiederum auf den x86-Prozessoren. Ähm, es unterscheidet sich ganz stark. Und meistens ist das aber auf Developer zugeschnitten, also auf Entwickler. Ähm, und... Ähm, BlueStacks, was ich jetzt hier habe, diesen App-Player, das ist das eigentlich das Einzige, was so für den normalen Nutzer halt wirklich brauchbar ist, wo man einfach mal reinspringt und eine App ausprobiert. Ist das im Prinzip kompatibel mit jedem Windows-Tablet oder muss man dann... Also ich... Also es ist jetzt nicht so wie bei CyanogenMod oder so, dass man ganz spezielles ROM für ein spezielles Gerät braucht, sondern es läuft im Prinzip auf jedem Windows-Gerät. Genau. Also das ist allgemein kompatibel, zumindest mit den x86-Geräten. Also sprich i5, i7 und ähm... Atom. Also es gibt ja auch kleine Atom-Tablets. Man kann es auch auf dem Desktop-Rechner laufen lassen zum Beispiel. Also macht bei manchen Anwendungen auch so. Genau. Ich habe mir gerade überlegt, ich beschäftige mich gerade mit digitalen Magazinen und die gibt es ganz selten in einer schönen Form für Windows, für Windows, sondern meistens halt fürs iPad oder dann eben für Android inzwischen mehr. Und das wäre vielleicht auch eine Lösung, um eine CT oder auch eine andere Zeitschrift dann auf so einem Tablet. 20-Zoll-Display zu leben. Ja gut, vielleicht dann wirklich eher auf dem Tablet dabei zu haben, wenn man halt nur das Gerät hat. Kann ich denn dann, wenn ich kein Touchscreen habe, das Ganze mit Mauszeiger auch emulieren? Funktioniert alles mit dem Mauszeiger. Also wie gesagt, auf dem Desktop-Rechner funktioniert es auch super. Bei manchen Spielen, also wo man dann Multitouch benutzt und so, funktioniert es natürlich nicht. Aber für die meisten Sachen oder halt genau mit dem Magazin oder so, wenn ich da halt irgendwas habe, was es so nicht als PDF gibt oder so, es ist eine schöne Anwendung. Und ich habe jetzt im Artikel, habe ich den Fokus aber auf mobile Tablets halt gesetzt. Macht ja auch so den Ring-Touch, ja. Ja, also eine wunderschöne Aufwertung mit wenig Aufwand. Wie gesagt, Bluestacks war mein Favorit jetzt zu dem Fall, aber man kann da auch noch mehr basteln, also Dualboot und so weiter. Wir wissen, dass wenn man nicht so leistungsstarke Tablets hat, macht es dann auch noch Sinn. Also weil die Frage ist natürlich, du hast natürlich, den entscheidenden Vorteil ist, dass du, Windows hat ja den Nachteil, dass du wenig Apps hast. Und wenn du die ganze, wenn du die ganze Playstore-Welt erschließen kannst damit, ist das natürlich schon nett. Also das grundsätzlich geht. Aber ansonsten ein guter Punkt, das ist jetzt ein i5, das ist ein wirklich schneller Desktop-Prozessor, also in der Mobilversion. Ich habe es auch auf Atom-Tablets ausprobiert und das macht keinen Spaß. Wie kriege ich denn die Apps da drauf? Muss ich da irgendwie Jailbreak oder sonst was? Oder kann ich direkt Playstore anklicken und dann kaufe ich das und mache das ganz legal? Oder wie komme ich an die Dinger überhaupt rein? Wir sprechen jetzt momentan nur von Bluestacks, aber bei Bluestacks ist es super komfortabel. Du installierst das Ding, da ist der Playstore drauf. Du hast noch alternative Stores, also der Amazon Appstore zum Beispiel ist auch drauf. Du kannst dir einfach eine APK runterladen, hast die dann auf Windows. APK ist was? Diese Installationsdateien für Android Apps. Für viele Apps bieten auch einfach so ein Installationspaket außerhalb der Side-Loading heißt es dann, dann lädt man das einfach nicht im Store. Das heißt, ich muss nur... Entschuldige, die verknüpft Bluestacks automatisch mit sich selbst und du klickst drauf und das Ding startet einfach unter Windows. Ach so, das heißt, ich habe die APK auf meinem Windows, in der Windows-Oberfläche, mache einen Doppelklick drauf und die startet im... Genau. Das ist ja cool. Also super easy auch, um mal was auszuprobieren. Das heißt, einfach nur mein Google-Konto in Bluestacks anmelden, im Playstore und dann geht's los. Ja, cool. Spannende Sache. Also auch echt schön zum Basteln und wertet die Windows-Tablets absolut nochmal auf, also zumindest so unterwegs. Okay. Ja gut, nochmal ein schönes, spannendes Bastel-Thema am Ende. Ich würde sagen, jetzt sind wir durch. Ich wollte zum Schluss noch sagen, wir haben ein RSS-Feed auf iTunes und auf unserer Webseite, den könnt ihr abonnieren als Audio und auf YouTube findet ihr auch die Videos hier dazu. und was ich noch sagen wollte, wir wollen mal probieren, die nächsten Ausgaben auch mal ein bisschen Input zu bekommen. Also wenn es irgendein Thema gibt, was ihr spannend findet, worüber wir reden sollen, wo wir uns den Redakteur mal greifen sollen, um darüber zu reden, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare auf YouTube oder schickt uns eine Mail und dann versuchen wir den Kollegen auch hier vor die Kamera zu zerren und mit uns darüber zu reden. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, dann gibt es schon die neuen, CT Nummer 9, neues Heft, neues Glück. Ich würde sagen, bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. CT Uplink